Schönen guten Abend. Wir sind die TimeTech.io und haben Ihnen ein kleines Rollenspiel mitgebracht. Viel Spaß. Hi Kereo. Hi Gabi. Wie sieht's aus? Du siehst ein bisschen mitgenommen und gestresst aus. Du, ich sag's dir, ich hab keinen Bock mehr auf mein Startup. Wir haben so viel zu tun, wir haben so viele Aufgaben und keiner hat noch einen Überblick. Und weiteres Personal, das können wir uns aktuell auch nicht leisten. Aber sag mal, wie machst du das mit deinem Startup? Du siehst immer total entspannt aus. Bei uns, das läuft wie am Schnürchen. Wir haben alles im Griff, wir haben einen absoluten Überblick. Jeder weiß genau, was er tun muss. Monotone Aufgaben, Langeweile gibt's bei uns nicht. Wie monotone Aufgaben gibt's bei euch nicht. Wer stellt denn bei euch die Kurse online oder wer bestellt denn bei euch das Schulungsmaterial? Das macht bei uns alles Rapid Flow automatisch. Dadurch sparen wir uns vier Stunden am Tag. Rapid Flow macht uns schneller, besser und flexibler. Jeder weiß genau, wann er was zu tun hat bei uns. Ja, das klingt ja nicht schlecht, aber was ist dieses Rapid Flow? Ich hab das noch nie gehört. Rapid Flow ist so eine Online-Plattform. Die kann jeder, wirklich jeder benutzen. Ob Banker oder Wedding Planner oder bei dir eine Marketingagentur. Du kannst deine Aufgaben ganz flexibel, einfach und schnell hinterlegen. Ändert sich das, kannst du das ganz einfach wie Lego ändern. Und guck mal, ich hab sogar Rapid Flow auf meinem Handy. Wow, das sieht ja cool aus. Aber sag mal, gibt's da nicht schon Lösungen auf dem Markt? Ja, da gibt's jede Menge Lösungen, unter anderem Eleon. Aber wir haben uns viele, wirklich viele angeguckt. Rapid Flow hat uns wirklich überzeugt. Wir konnten uns sofort online anmelden und sofort loslegen. Und auch ich, ich hab wirklich keine Ahnung von IT und Computer, komme super damit klar. Was auch gut ist bei Rapid Flow, für Startups, die Grundversion ist kostenlos. Nur durch Erweiterungen kommt ein geringer Betrag, den man zu bezahlen hat. Erweiterungen sind bei uns Anbindungen an Facebook oder Event Pride. Aber das Absolute, was uns absolut überzeugt hat, ist das Geschäftsmodell von Rapid Flow. Auch wir können Erweiterungen entwickeln und auf den App Store von Rapid Flow hochladen. So können andere Unternehmen diese Erweiterungen nutzen und wir verdienen mit. Rapid Flow kriegt nur eine Vermittlungsgebühr. Okay, Kirio, das hat mich echt überzeugt. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich stelle mir vor, statt im Sommer bei 35 Grad im Büro zu sitzen und langweilige Aufgaben zu erledigen, dann mache ich in Zukunft nur noch das, worauf es wirklich ankommt. Zum Beispiel einen Vertragsabschluss mit einem Kunden oder ein Geschäftsessen mit Investoren. Oder, darauf freue ich mich am meisten, endlich wieder mehr Zeit zu haben für das Wesentliche. Zum Beispiel für die Familie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.